Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon GO. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um die Ausbeute vom Community Day mit Kießling. Erst einmal möchte ich mich bei Andy Project bedanken für das Ticket für den Community Day, das er mir geschenkt hat. Und direkt, quasi direkt danach, habe ich dann noch einen Raid gemacht mit Flunkkiefer und jetzt war es endlich Shiny. Darauf habe ich schon ewig gewartet. Es müsste das 84. gefangene Flunkkiefer gewesen sein. Pokédex-Eintrag werdet ihr nach dem Fang sogar sehen. Wer sich das Ticket nicht geholt hat, aber wissen möchte, was drin war, hier könnt ihr in der Infografik sehen, was so drin war. Es ist aber eigentlich jedes Mal dasselbe. Also zum Beispiel ist immer ein Team GO Rocket Radar dabei und einige andere gute Dinge. Wir haben hier zwei Sternstücke. Das ist auch sehr schön. Glücksei, ein paar Bälle. Alles sehr nützlich. Für 99 Cent auf jeden Fall eine tolle Sache. Im Shop gab es eine Community Day Box. Da habe ich mal durchgerechnet, wenn ich die Items einzeln gekauft hätte im Shop, dann hätte mich das 1400 Münzen gekostet. Das heißt, ich habe hier theoretisch 50 Münzen gespart und habe sogar noch eine Top-Lade-TM und 50 Hyperbälle obendrauf bekommen. Das fand ich ein gutes Angebot. Habe ich mir auf jeden Fall geholt. Kann man sich ja auch nur einmal kaufen. Deswegen ist vielleicht auch hier diese Box nicht ganz so schlecht. Also ich bin auf jeden Fall froh, hier nochmal super Brutmaschinen ergattern zu können. Ich habe beim Community Day sechs, zehn Kilometer Eier ausgebrütet und bin gespannt, wann ich das nächste Mal wieder zehn Kilometer Eier ausbrüten muss. Weil wenn nämlich die Bonusplätze voll sind, dann müssen die halt mal weg. Wie ich schon erzählt habe, wollte ich den Community Day in Straßburg verbringen. Das hat auch alles geklappt. Wir sind gemeinsam, Nappikat, Nico und ich, wir sind dann zusammen mit dem Auto nach Kehl. Dann haben wir in Kehl Bahnhof geparkt und sind dann mit der Tram rüber nach Straßburg gefahren. Weil das so super einfach für uns erreichbar ist und eigentlich eine größere Stadt ist als Offenburg, haben wir gedacht, das müssen wir uns doch mal anschauen, wie das da drüben so ist. Außerdem haben wir ja diese Probleme mit dem Internet ja theoretisch nicht. Also ich und Nappikat hatten keine Probleme mit dem Internet, nur Nico irgendwie ein bisschen. An sich kann man ja sein Datenvolumen im Ausland weiter benutzen und das hat bei uns eigentlich ganz gut funktioniert. Hier auf dem Screenshot könnt ihr zum Beispiel sehen, wo wir so rumgelaufen sind. Im Endeffekt in der Kernstadt, also da, wo sich der Fluss drumherum bewegt. Und da sind wir eigentlich nur die ganze Zeit rumgelaufen und tatsächlich hatten wir fast alle Pokestops innerhalb dieser drei Stunden auch gedreht. Sogar weniger. Also ich glaube so eineinhalb Stunden, maximal zwei Stunden ungefähr hat es gedauert, bis wir alle Pokestops durch hatten. Aber vielleicht hat man den ein oder anderen Pokestop entweder nicht mitgenommen oder vielleicht sogar zu früh gedreht, obwohl man noch eine Aufgabe nicht fertig hatte. Vom Wetter her war eigentlich alles super. Ab und zu kam die Sonne raus, es hat nicht geregnet, aber es war sehr, sehr windig. Deswegen habe ich mich besonders warm angezogen und das war, denke ich, auch ganz gut so. An sich haben wir aber gar nicht so viel Wind abbekommen, weil wir durch die engen Gassen gelaufen sind und nicht so viel auf großen Plätzen unterwegs waren. Wenn man zum Beispiel an der Kathedrale unterwegs gewesen wäre, hauptsächlich, dann hätte man viel mehr Wind abbekommen. Ich habe bei diesem Community Day 9,3 Kilometer zurückgelegt, 777 Pokémon gefangen, 221 Pokestops gedreht und 1,4 Millionen Erfahrungspunkte gesammelt. Damit habe ich weniger Kilometer, aber mehr Pokémon als beim Galar Zickzacks Community Day gesammelt. Finde ich auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne Ausbeute. Also 777 Pokémon ist nicht schlecht, wobei ich mir immer wieder Gedanken mache, bei einer Rampenlichtstunde fange ich einfach mal 440 Pokémon in einer einzigen Stunde. Aber eine Rampenlichtstunde ist ein echt hammergutes Event im Endeffekt. Wer also das Pokémon nicht absolut verabscheut, sollte auf jeden Fall bei einer Rampenlichtstunde immer mitmachen, weil da kann man so viele Pokémon fangen wie sonst nie. Laut meinem Pokédex-Eintrag habe ich 843 gesehen und 729 gefangen. Beim Galar Zickzacks war es tatsächlich anders. Da waren es nur 635 gesehen und nur 496 gefangen. Also ja, man hat schon deutlich einen Unterschied gespürt. Außerdem habe ich bei diesem Community Day 78.000 Sternenstaub gesammelt. Und von Kießling habe ich 6010 Bonbons und 1012 XL Bonbons gesammelt. Ich habe mir auch meine Urlaubermedaille gescreenshottet, weil ich in Straßburg tatsächlich noch nicht so häufig gespielt habe, eigentlich noch nie so exzessiv und somit eigentlich sehr viele neue Pokestops gedreht habe. Insgesamt waren es 144 neue Pokestops. Besonders wichtig waren mir ja die Feldforschungen aus den Pokestops, weil ich unbedingt einen 3-Sterne-Shiny haben wollte. 113 Feldforschungen habe ich wohl in den drei Stunden abgeschlossen. In Straßburg habe ich auch ein Lokmodul gezündet, damit ich meinen 3-Sterne-Magneton weiterentwickeln kann. Und habe aber leider in diesen drei Stunden tatsächlich nur 121 Punkte auf meiner Picknickermedaille bekommen. Fand ich ein bisschen wenig für drei Stunden Straßburg. Hatte gedacht, dass es gibt wesentlich mehr. Insgesamt habe ich 29 Shiny Kießlingen gesammelt. Eins davon war ja das Flunkkiefer. Und ganz am Schluss, als wir dann zurückgefahren sind, habe ich 35 Kießlingshiny, ein Shiny Flunkkiefer und ein Shiny Tanzer. Das Tanzer ist natürlich toll, weil das mein zweites Shiny ist. Wobei, eigentlich muss ich dazu sagen, das Flunkkiefer ist natürlich auch super, mega, klasse. Das war mein allererstes Shiny und gleich drei Sterne aus einem Raid. Wunderbar. Also dagegen kann ich definitiv nichts sagen. Ich hatte eine echt super krasse, super tolle Ausbeute. Ich habe einen 100er bekommen, ich habe einen 98er bekommen. Nur waren sie halt nicht Shiny, aber ich habe einen drei Sterne Shiny bekommen. Ich bin trotzdem glücklich. So, das war es leider von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal, Batsch. Bis zum nächsten Mal, Batsch.